Ich bin 21 Jahre alt und fahre für das Specialized Factory Team und für Cape Epic zusammen mit Sango. Es ist unser erster Cape Epic. Wir freuen uns extrem und werden uns das Beste geben. Wir werden die Trails in Südafrika geniessen und probieren. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Es ist natürlich extrem cool, mit einem Stage-Win in das Rennen zu starten. Es hat extrem viel Spass gemacht. Laura und ich haben gut kommuniziert und ein gutes Teamwork gemacht. Und wir freuen uns auf die sieben Etappen, die noch kommen. Man startet einfach super in die Stage, in die ganze Epik. Ich freue mich schon voll und das ist sicher speziell und gibt uns eine Motivation. Musik 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 Musik